Jo Freunde, was geht? Hab ich auf euch gezogen? Das ist nämlich gerade hier am Fenster. Heute drehe ich mal hier ein Video. Ihr müsst mir jetzt mal sagen, was ihr für ein Auto habt oder auch eure Eltern. Sobald ihr ein Auto habt, schreibt mir in die Kommentare, was ihr für ein Auto habt. Und wenn ihr eure Eltern ein Auto habt, schreibt ihr mir auch in die Kommentare, was ihr für ein Auto habt. Meine gute Kollegin hat ein Band Sachen gegeben, wie diese 187. Ich befinde mich gerade hier im Terrassen. Äh, Fenster, Beikor, Küche. Also schreibt mir in die Kommentare, was ihr für ein Auto habt oder eure Eltern. Und wenn es zwei, drei Autos sind, könnt ihr auch alle hinschreiben. Aber wirklich ehrlich sagen, was ihr für ein Auto habt. Und genau, erstmal noch ein Foto macht. Genau. Also Freunde, wisst ihr Bescheid. Schreibt das mal echt in die Kommentare, weil das interessiert mich. Abonniert meinen Kanal, gebt einen Daumen nach oben. Folgt mir auf Snapchat, Twitter, Instagram, überall. Wenn wir es mehr als 3000 auf YouTube kriegen. Überall gebt einen Daumen nach oben, ein Like, wir müssen groß rauskommen. Und ja, ich sag jetzt wieder schon, reingehauen. Gebt euch jetzt die Optik. Jetzt zeige ich euch noch die andere Optik. Und ich sag jetzt von meiner Seite aus, wieder schauen und reingehauen. Ciao, ciao Freunde. Peace. Wer kennt, das ist noch ganz so hinten Video gedreht. Hehe. Ja.